Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Shoreline-Ausrüstung. Wenigstens keine Shoreliner. Na, wollen wir wetten? Yep, Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Wir suchen hier was zum Kaufleiter. Ja. 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 Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Hey, damit können wir rausklettern. Ja. Ja. Das ist schon mal... Ja. Ja. Ja, er könnte hier sein. Okay, alles gut. Hey! 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 Sie sind da, Land. Worauf wartest du? Geh nach See! Okay, gut gemacht. Das hätte böse enden können. Ja, verschwinden wir bevor jemand nach denen sucht. So, los. Auf geht's. Hap es! Woah, Vorsicht! Ich benutze den... Oh, scheiße! Ha, ha, ha! Okay, meinst du, du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. So, siehst du? Ziemlich tollpatschig. Haha. Ha, ha! 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 Ja! Ah! Oh, come on. Nein! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hilf mir hoch. Los, ich zieh dich hoch. Was ist das? 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 Das macht Spaß. Das macht Spaß. Was ist das? 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 Und da geht's. Ruhig, Mann. Ich hätte fast meine Arten verloren und dann hält der Penner mir einen Vortrag. Hätte ich ihn noch abgeknallt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? Mich in Stücke reißen. Ganz genau. Atme tief durch und geh mal eine Runde. Der Klugscheißer will mir erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Okay, weiter geht's. Wir sind schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017